Kornblumen nenne ich die Gestalten, die milden mit den blauen Augen. Die anspruchslose Stimmen walten den Tat des Friedens, den sie saugen aus ihren eigenen klaren Seelen. Mit teilen allen den Sinnen, bewusstlos der Gefühlsjuwelen, die sie von Himmels Hand empfangen. Der führt sowohl in ihrer Nähe, als gehst du durch ein Saatgefilde, durch das der Hauch des Abends wehe, voll frommen Friedens und voll milde. Voll frommen Friedens und voll milde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020